Hallo, guten Tag und willkommen in meinem YouTube-Kanal PSPICE-Tipps. Heute zeige ich genau, wie man ein Bild von PSPICE exportieren kann, die Results eigentlich, die Ergebnisse. Davor habe ich eine Simulation gemacht. Ich habe hier zwei Köpfen, die Spannung und Strom. Und was man machen kann, ist erstmal, man kann mit Window oder unter Window auf Window klicken und dann Copy to Clipboard. Dann sagen wir zum Beispiel Change UI to Block. Und dann eine erste Möglichkeit ist, man kommt in Word und man kann einfach Ctrl-V und das Bild. Und dann hinzufügen, andere Möglichkeit, die man hat, ist, man klickt auf File und dann klickt man auf Print Preview. Ja, man bekommt hier dann die Ergebnisse. Und dann sagt man, okay, ich klicke dann auf Drücken. Und dann kann ich selektieren, Free PDF zum Beispiel. Und dann kann ich ein PDF erzeugen, wo genau diese Traces gemacht wurden. Wie wir hier sehen können. Es ist eigentlich nicht die beste Empfehlung vielleicht, aber diese sind die, erstmal die Möglichkeiten, die man hat, verschiedene Traces zu erzeugen. Andere Möglichkeit wäre, wenn man klickt auf File Export, dann kann man ein Excel-File erzeugen. Und dann kann man in Excel die verschiedene Props oder die verschiedene Kurven erzeugen und optimieren. Aber das ist hier genau die Möglichkeiten, die man zurzeit im PSPyce hat. Ich wiederhole Windows Copy to Clipboard oder andere Optionen, File, Print und dann PDF erzeugen. Vielen Dank und wir hören uns im nächsten Video. Bis bald, grüße.